Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir ein mutmaßliches Heilmittel, kann ich nicht sagen, aber Schutzmittel, wenn man so möchte, gefunden. Und wir sollen zum Palast zurückgehen, um die gute Kunde zu überbringen. Okay, ich habe mich extra nach ganz draußen gestellt, weil ich nichts triggern wollte. Aber ganz offensichtlich sind sie ganz drinnen im Palast. So. Ja, und was? Das Elixier wirkt. Svanar hat es selbst erprobt und einen Grammsturm widerstanden. Ihr repräsentiert meinen meist verhassten Feind und erwartet, dass ich ein Wort glaube, das ihr sagt? Selbst wenn ihr die Wahrheit spricht, haben die Würmer sich bereits ins Holz gefressen und wollen mein Königreich von innen verfaulen lassen. Ich werde nicht zulassen, dass Einsamkeit und der Westen fallen. Irgendwie habe ich gerade Flashbacks vom Irrenkönig von Game of Thrones. Wenn ihr uns nicht traut, dann traut wenigstens eurer Tochter. Svanar vertrauen? Vielleicht. Nein. Nein. Eure süßen Worte sind nur ein Widerhall meiner hartnäckigsten Feinde. Sie bieten mit einer Hand Wunder an, doch die andere hält einen vergifteten Dolch. Wir wollen nur helfen. Hilfe? Hilfe? Die brauche ich von euresgleichen nicht. Seid kein Nahvater. Dieses Elixier wird unsere Leute retten. Ich hätte nie gedacht, dass ihr das Zeug dazu habt, Tochter. Ihr übertrefft meine Erwartungen sogar. Umso bedauerlicher. Und ich will kein Wort mehr über dieses Wunderelixier hören. Vater! Nein! Die graue Schar ist mein wahrer Verbündeter. Sobald der Grammsturm Einsamkeit umfangen hat, wird mein Königreich auf ewig überdauern. Ich hätte spüren sollen. Swagrim ist ein Vampir. Svanar! Nicht jetzt, Lyris. Ich... Ich muss nachdenken. Ja, was für eine Wendung. Wer hätte es geahnt? Swagrim ist ein Bastard. Aber König Jorun glaubte, er würde nur die besten Absichten für sein Volk hegen. Offenkundig hat sich da etwas geändert. Und dass Einsamkeit nun auch noch zum Ziel eines gewaltigen Grammsturms geworden ist, hat die Lage nur noch vertrackter gemacht. Mit der Hilfe von Swagrim könnte die graue Schar bereits soweit sein, ihren Grammsturm zu beschwören. Es steht alles nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick wirkt. Wir haben ein Elixier erschaffen. Das dürfte der beste Weg sein, um die Leute vor dem Grammsturm zu schützen. Wir müssen es nur verteilen. Nehmt in der Zwischenzeit erst einmal dies. Es mag nicht viel sein, doch ihr habt es euch verdient. Wir haben einen präzisen Bogen vom Set Giftschlag erhalten. Vater, wie konntet ihr nur? Das wäre jetzt ein schöner Abschluss gewesen. Aber normalerweise reden die... Also wiederholen die ja immer alles. Deswegen nehme ich dann meistens den Abschluss in der nächsten Folge. Aber gut. Mein Vater arbeitet mit der grauen Schar zusammen. Wie lange gehört er schon dazu? War er am Tod meiner Mutter beteiligt? Und was hat er ihnen alles erzählt? Es ist kaum zu ertragen. Und dann ist da auch noch dieser Grammsturm. Meine Freundin, ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir können das schaffen, Svaner. Wir müssen es nur versuchen. Ihr habt recht. Ich weiß, dass ihr recht habt. Es ist nur... Er ist mein Vater. Nein, ich muss mich konzentrieren. Es kommt ein Grammsturm. Wir müssen die Stadt retten. Das ist jetzt das Wichtigste. Wie halten wir den Grammsturm auf? Ich... Ich bin mir nicht sicher, ob wir das können. Doch wir können noch mehr von Fans Elixier herstellen. Es an die Leute verteilen. Wir brauchen allerdings noch mehr von Arkays Weihöl. Wir werden es aus den Vorräten des Tempels der Göttlichen holen müssen. Ich hole Arkays Weihöl aus dem Tempel der Göttlichen. Sie haben ihn eingenommen, Götter. Er ist gefallen. Gefallen? Wovon sprecht ihr? Die graue Schar. Sie kam aus dem Nichts. Sie hat den Tempel eingenommen und den Turm des Wolfes. Wir sind ausgesperrt. Dann ist das Weihöl. Götter, verdammt! Ich muss dort runter. Folgt ihm! Und er erzählt mir genau, was vorgefallen ist, Soldat. Wir folgen ihm. Ich finde es so blöd, dass man hier nicht reiten kann. Das triggert mich immer so ein bisschen. Auf zum Tempel. Basti, bist du überhaupt noch bei mir? Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube ja... Hallo, der Turm des Wolfes kann nicht grässlich sein. Wir sind erledigt. Die graue Schar hat Fuß gefasst. Die Stadt ist verloren. Nein, das ist sie noch nicht. Auf die Beine, Schwerthane. Wir haben zu tun. Ich... Ja, Prinzessin Svaner. Ich entschuldige mich für dieses unwürdige Schauspiel. Richtet der Prinzessin aus. Sagt ihr, dass das nicht noch einmal vorkommen wird. Ihr müsst verstehen. Ich habe mein Schwert und meine Seele dem Großkönig verschworen. Das haben wir alle. Und er hat uns verraten. Hallo, die steht direkt vor dir. Warum redest du nicht mit ihr selber? Wisst ihr, was sie da drin machen? Wir müssen hineingelangen. Nichts Gutes. Da bin ich mir sicher. Die graue Schar tauchte aus dem Nichts auf und streckte meine Soldaten nieder. Nur eine Handvoll konnte entkommen, bevor die Tore versiegelt wurden. Svargrim ließ uns die Zugänge befestigen. Der Hawker wusste, dass er uns aussperren würde. Es gibt keinen anderen Weg hinein. Nicht, dass ich wüsste. Doch spielt das eine Rolle? Svargrim hat die graue Schar auf uns gehetzt. Und jetzt ruft er einen Gramsturm. Wir müssen die Stadt evakuieren, solange noch Zeit dafür ist. Einige von uns werden überleben, wenn wir jetzt flüchten. Ihr wollt Einsamkeit im Stich lassen? Das ist unernehmbar, Schwerthane. Wenn wir kein Weihöl beschaffen können, um mehr Elixier herzustellen, müssen wir den Gramsturm aufhalten. Prinzessin, wir waren wachsam. Es gibt keine Hexendorne in der Stadt. Dann ist euch etwas entgangen. Sie brauchten Hexendorne für alle anderen Gramstürme, die sie beschworen haben. Natürlich. Schwarzweite. Die graue Schar muss von unter der Stadt in den Tempel gelangt sein. Sie könnten die Hexendorne unter unseren Füßen verborgen haben. Wir wissen, dass die graue Schar Schwarzweite nutzt, um sich verdeckt durch das westliche Himmelsrand zu bewegen. Warum sollten sie nicht auch von dort angreifen? Dann gehen wir zurück nach Schwarzweite. Wenn die Hexendorne dort sind, zerstören wir sie. Oh je, das wird wieder ein großer Auftrag. Ich merke das schon. Fangen wir hier an. Jorun hat mich mit einer Warnung für Einsamkeit entsandt. Und nun stehe ich davor, in die sternenlosen Tiefen von Schwarzweite zu marschieren, in dem Versuch, ein Massaker abzuwenden. Wie bringe ich mich nur ständig in derlei Situation? Oder mich? Ihr müsst nicht mit uns mitkommen. Ich dachte, ihr würdet mich besser kennen. Sich einer unmöglichen Herausforderung zu stellen und unschlagbare Gegner zu bezwingen, das kann ich. Also ja, ich muss das tun. Und wir werden gewinnen. Das müssen wir. Was haltet ihr von Großkönig Swagrim? Swagrim. Sich mit der grauen Schar einzulassen, ein Vampir zu werden, sein eigenes Volk mit einem Gramsturm zu bedrohen. Was für ein Irrsinn. Eines ist sicher. Wir müssen ihn aufhalten. Wie halten wir den Gramsturm auf? Ein Schritt nach dem anderen. Erst machen wir uns auf den Weg nach Schwarzwalte. Dann finden wir die Ritualstätte. Sie muss unmittelbar unter der Stadt sein. Wir zerschlagen den Hexendorn und töten so viele Bastarde der grauen Schar, wie wir nur können. Danach beten wir zu Kühne und hoffen auf das Beste. Also aber nicht viel, was wir hier machen können. Als eines der jüngeren Mitglieder des Hauses Rabenwacht hätte ich nie erwartet, unmittelbar in solche Ereignisse wie diese hier verstrickt zu werden. Ich muss gestehen, das ist ein bisschen überwältigend. Seid ihr bereit, nach Schwarzwalte zu gehen? Ob ich mich freue, an den Ort zurückzukehren, an dem Zingales an mir experimentiert hat? Nicht im Geringsten. Was glaubt ihr, werden wir unterhalb der Stadt finden? Die graue Schar kann keinen Gramsturm heraufbeschwören, ohne ihr Ritual durchzuführen. Und wir wissen, dass man dafür Hexendorne braucht. Da wäre also das. Hinzu kommt noch die übliche Ansammlung an. Zirkelhexen, Vampiren und Wehrwölfen, schätze ich. Nichts, womit wir nicht fertig werden, oder? Wir werden unser Bestes tun. Ich hatte gehofft, genug Weihöl zur Verfügung zu haben, um Elixiere in der Stadt verteilen zu können. Aber uns läuft die Zeit davon. Unsere beste Hoffnung ist es, alle Ritualplätze unter Einsamkeit zu finden und den Gramsturm aufzuhalten, bevor er über die Stadt hereinbrechen kann. Wir hätten mit einem Angriff aus Schwarzweite rechnen sollen. Ihr habt völlig recht. Insbesondere nachdem wir Hinweise darauf gefunden hatten, dass sie dort Dinge untergraben. Ich kann dazu nur sagen, dass unsere Aufmerksamkeit anderswo lag. Gehen wir jetzt und retten wir die Stadt. In Ordnung? In Ordnung. Lass mich doch mal hier durch. Ich will noch mit der Prinzessin reden. Mein Vater. Ein Vampir. Er saß auf seinem Thron, gab vor, um meine Mutter zu trauern und meinte, er hätte einen Plan. Doch die ganze Zeit über hat er die Stadt für die graue Schar vorbereitet. Er ist noch schlimmer als ein Monster. Er ist ein Verräter und ein Lügner. Aber ein Verräter mit einem Plan. Wir werden uns eurem Vater stellen müssen. Ich weiß. Es ist nur... Wisst ihr, wir standen uns nie wirklich nahe. Nicht so richtig. Aber er ist mein Vater. Mein König. Wie ist es mit euch? Könntet ihr das tun? Könntet ihr eure Eltern zur Rede stellen und vielleicht sogar töten? Also, wenn es jetzt nur meine Eltern wären und die jetzt zur Rede gestellt würden, aber jetzt keine Monster wären oder wie auch immer, würde ich es natürlich nicht tun. Aber wenn ich es jetzt müsste, weil er, also weil meine Eltern zum Beispiel zu bösartigen Vampiren geworden sind oder, äh, keine Ahnung, sich sonst wie gewandelt haben, ja, wenn ich müsste. Also, was macht ihr hier? Ich werde tun, was ich kann, um den Gramsturm aufzuhalten, sowie Einsamkeit und seine Bewohner zu retten. Und danach? Danach entscheiden wir, was mit Swagrim geschehen soll. Wisst ihr, wo wir diese Ritualstätte finden? Sie muss unmittelbar unter unseren Füßen oder ganz in der Nähe sein. Soweit ich es gesehen habe, müssen die Hexendorne in der Nähe jenes Ortes sein, an dem der Gramsturm zuschlagen soll. Doch unter die Erde zu kommen, wird nicht leicht werden. Doch, das schon, aber sich unter der Erde durchzukämpfen, das könnte einfach schwieriger werden. Na gut, findet die Ritualstätte... Achso, ja, die drei Meter jetzt zu reiten, jetzt vielleicht nicht so clever. Findet die Ritualstätte. Das ist immer gut, vor allen Dingen, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Es wird auch mal wieder nichts angezeigt, obwohl ich gerade J und M gedrückt habe. Ich liebe es. Ich reise mal einfach irgendwo hin und wir sehen uns dann gleich am Zielort wieder. So, knapp daneben ist auch vorbei. Wir sind jetzt am Wegschrein von Castelgraumor. Und direkt hier irgendwo ist unser Ziel. Das sieht gut aus. Wovon redest du, Lyris? Ich sehe keinen Hexendorne. Egal. Dann lasst uns hinuntergehen und es hinter uns bringen. Nicht so schnell. Wenn wir als Gruppe reinstürmen, stürzen sie sich auf uns wie ein Schneebär auf einen Horka. Ihr geht vor. Versucht die Brücke zum Haupteingang zu überqueren. Sie wird gut bewacht, aber ihr seid mehr als fähig. Oder ihr könntet die Alternative probieren. Erzählt mir von dieser Alternative. Es gibt einen Schachteingang im äußeren Innenhof. Er liegt versteckt an der Ostwand des Kastells. Die wenigen Patrouillen in dieser Gegend kann man vermeiden, wenn man schleicht. Um diesen Eingang zu öffnen, braucht es einen Schlüssel. Doch der sollte einfach zu beschaffen sein. Überquert die Brücke oder schleicht euch durch den Schachteingang hinein. Klingt wie eine klare Wahl. Ihr kennt eure Stärken und Schwächen besser als ich. Nutzt sie aus. Doch für welchen Weg ihr euch auch entscheidet, sputet euch. Wir müssen die Ritualstätte finden und uns um die Hexendorne kümmern, bevor sie den Grammsturm auf die Stadt entfesseln. Ich werde mich auf den Weg ins Innere machen. Überquert die Brücke oder nutzt den Schachteingang, um in den inneren Innenhof zu kommen. Sucht dann den Nebeneingang der Festung östlich von der großen Treppe. Ich bleibe Baswana und Fan und stelle sicher, dass sie diese Mission überleben. Wir treffen euch baldmöglichst drinnen. Wie finde ich die Ritualstätte? Das ist eine gute Frage. Ich habe nichts gesehen, als ich die Außenseite erkundet habe. Daher dürften die Hexendorne irgendwo im Innern der Feste sein. Ich erwarte, dass wir die Ritualstätte finden, sobald wir Swagrim und Rada als Saran finden. Ja, dann, Basti, rauf aufs Reittier und erstmal blockieren lassen für niemanden, der hier steht. Nehmen wir die Alternative, wo man tief fällt. So, den Nebeneingang haben wir. Die Frage ist jetzt nur... Lüchen! Oh, 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 scheiße! Nein! Nein! Nimm bloß nicht die vier! Wie oft muss ich da draufhauen? Alter, was war das gerade? Ich wollte eigentlich ganz cool lockerlässig da drüber springen, aber das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Findet einen Schlüssel. Achso, hier ist der Schlüssel. Okay, ich dachte, das ist der Nebeneingang. Schade. Gehe ich da in Flammen auf? Bin ich ein Vampir oder was? Ach, nein! Nicht da runter! Ich glaube, da ist es... Ach nee, da ist es nicht heiß. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da ist es auch wieder heiß. So. Ei, ei, ei. Jetzt bin ich aber wach heute. Hier ist der Nebeneingang. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Können wir hier eigentlich reiten? Oh, cool, wir können hier reiten. Ein bisschen da hoch. Achso. Ich bin nicht da. Ich verstehe nicht. Oh. Was soll ich denn mit diesen Fläschchen anstellen? Falls wir auf Ärger treffen, werft eins von denen auf die Ursache und dann geht aus dem Weg. Unser Alchemist ist wieder voll im Einsatz. Okay. So wie ich das verstehe, herrscht eine Vampire namens Fürstin Essenia über Kastell Graumor. Sie hieß die Graue Schar Willkommen und arbeitet gemeinsam mit ihr daran, das westliche Himmelsrand zu unterwandern. Selbst in den Steinen dieses Kastells spüre ich etwas. Wir müssen auf der Hut sein. Ich hätte gedacht, dass dies Radar Al-Zerransburg wäre. Laut der Forschung in der Rabenwacht gehört dieser Ort im Grunde niemandem. Manchmal beanspruchen mächtige Individuen sie, doch das Kastell überdauert sie alle. Fürstin Essenia ist nur die letzte Bewohnerin dieser Hallen. Warum sie sich für die Zusammenarbeit mit dem Aschefürsten entschied, wer kann das schon sagen? Ihr sagtet, ihr hättet etwas gespürt. Ein Gefühl, als ob der Stein selbst von mächtiger Magie erfüllt wäre. Sie wirkt vertraut, aber sie ist so... stark. Ich brauche etwas Zeit, um das zu klären und zu verstehen, was ich da wahrnehme. Natürlich. Svaner, du siehst ein bisschen durch den Wind aus. Ich bin mir nicht sicher, was in diesen Fläschchen ist, aber Fenn trug mir auf, sie nicht zu schütteln oder fallen zu lassen oder sie zu heftig anzuatmen. Hören wir rein und finden wir die Ritualstätte, bevor der Grammsturm losbricht. Sie nicht zu heftig anzuatmen? Ach, du Schande. Fenn und Svaner waren nicht so hilflos, wie ich mir das vorgestellt hatte. Trotzdem brauchte es all mein Können, um uns nicht die gesamte graue Schar auf den Hals zu hetzen. Gehen wir hinein und suchen nach dieser Ritualstätte. Wir müssen die Hexendorne zerstören oder Einsamkeit ist dem Untergang geweiht. Ihr habt ihr es vor mir hierher geschafft? Wir stehen kurz davor, ins Herz der grauen Schar vorzudringen. Und ihr denkt über so etwas nach? Konzentriert euch gefälligst. Ihr müsst euer Bestes geben, wenn wir Einsamkeit retten wollen. Entschuldigung, Lyris, Entschuldigung. Ich mache mir halt über vieles meine Gedanken. Ist das denn so schlimm? Dieses Bild, ich liebe es. Ich hätte es gerne. Ich werde es vermutlich nie kriegen. Ich schätze, das ergibt Sinn. Ich werde unsere Freundin hier begleiten. Das ist, glaube ich, besser. Ich kann besser auf Fenurian aufpassen als jeder andere, hoffe ich. Nicht so wie beim letzten Mal. Fendu kannst doch schnell laufen, oder? Ups, ich habe ihn im Tode geweiht. Das sieht wichtig aus. Was denn? Der Gargoyle, der uns verfolgt? Obwohl, der verfolgt uns gar nicht, oder? Dieses Buch. Ich erkenne die Handschrift wieder. Das ist von Zingales. Mehr von seinen Forschungen. Gramstürme, Hexendorne, Niederwurzgebräu. Wie sich das alles in seiner Wirkung zugunsten der grauen Schar ergänzt. Gab es dort drinnen noch neue Enthüllungen? Hm, das hier könnte etwas sein. Ich muss nur diese Annahmen und Verzauberungen kurz überfliegen. Was ist das? Anweisungen zur Anbringung von Runen in ganz Graumor. Bis zum... Bei den Göttern. Dieser ganze Turm. Er selbst ist ein Hexendorn. Und das bedeutet? Die Magie, die ich vorhin spürte. Sie kam mir bekannt vor, weil es die gleiche Magie war wie bei den Gramsturm-Ritualen. Versteht ihr nicht? Das ganze Kastell ist die Ritualstätte. Sie haben den Turm in einen Hexendorn verwandelt. Aber von einem Ausmaß. Es ist unvorstellbar. Wozu dient ein riesiger Hexendorn? Und wie können wir ihn zerstören? Ich bin nicht sicher, dass wir den Turm zerstören können. Wir müssen weiter nach oben gehen und einen Weg finden, das Ritual zu unterbrechen. Ich denke, ich verstehe, was sie hier vorhaben. Zingales hat einen Weg gefunden, die graue Schar aus Kalthafen zu befreien, indem er die Gramstürme benutzt. Wie genau werden die Gramstürme genutzt? Die Gramstürme entziehen Lebensenergie und nutzen sie, um die Seelen der grauen Schar aus Kalthafen in die grauen Reliquiare zu übertragen. Sehr raffiniert. Aber wie geben sie ihnen wieder körperliche Form? Es hat etwas mit den Steinhüllen zu tun, denke ich. Habt ihr sonst etwas von Interesse in diesem Buch gefunden? Oh, absolut. Es könnte möglich sein, den Effekt der Gramstürme umzukehren und die Gramvollen zu heilen. Wenn die Notizen vollständig sind, braucht es nur ausreichend Forschung, Experimente und Zeit. Leider fehlt es uns im Moment an allen dreien. Ja, das sind doch gute Voraussetzungen. Die haben wir doch immer so in der Art. Dann wird schon alles gut für Norian. So. Oh. Wollte eigentlich keine Rolle machen. Lüchen, guten Tag. Ja, ist klar, dass ihr mich nicht in Ruhe lasst. Jetzt kommt der hier nicht hoch. Das erste Mal, dass Basti seinen Dienst macht. Da sind sie! Ja. Ich glaube, dass dieser ganze Turm als Hexendorn dient. Was? Fenn, wie ist das möglich? Die Energie! Siebrennen! Das ist mein Vater! Hier lang! Schmerz ist Teil des Vorgangs, Zwargrim. Er ist exquisit, mein Meister. Sobald ihr auf Graubor eingestimmt seid, könnt ihr den Sturm befehligen. Erhebt euch, Zwargrim, und entfesselt meinen Sturm über Einsamkeit. Dann wird der Rest der grauen Schar wiedergeboren. Das werden wir, wenn ich hier rumkomme. Wieso muss ich die Vampire dann kriegen? Na gut. Wo muss ich denn hin? Hier hoch, oder? Da hätte ich auch direkt hochlaufen können, glaube ich. Ich wollte gerade noch sagen, ihr seht mich nicht. Und dann laufe ich dem Schoßhühnchen gerade voll in die Beine. Pfoten. Keine Ahnung. In die Schnauze. Du hast mich nicht gesehen. Nein, nein, nein. Übrigens auch ein sehr geiles Bild hier. Ich weiß, ich darf mich nicht ablenken lassen, aber die Details sind so wunderschön. Ähm. So. Dann lasst die Barriere fallen und wir bringen das zu Ende. So sehr ich euch das Fleisch von den Knochen reißen möchte, muss ich mich doch um dringendere Angelegenheiten kümmern. Doch eines solltet ihr wissen. So wie ich jeden Tod spürte, werdet auch ihr jede verlorene Seele in Einsamkeit spüren. Wenn sie vom Gramsturm verschlungen wird, ihr sollt spüren, wie ihr scheitert. Ich werde nicht zulassen, dass das geschieht. Große Worte, aber nutzlos. Svargrim erhebt sich und mit ihm der Gramsturm. Sobald die Einstimmung abgeschlossen ist, werden sie unaufhaltsam sein. Was ist passiert? Was hat dieser verdammte Vampir getan? Er vereint die Kraft, die durch das Kastell fließt in Svargrim, damit er die Kontrolle über den Gramsturm bekommt. Dann müsst ihr das umkehren. Ich bleibe und helfe. Lyris, ihr und eure Begleitung steigt weiter hinauf und findet meinen Vater. Hier und... Hallo, jetzt darf ich da nicht durch, oder was? Achso, hier ist eine Tür. Warum hat Lyris gerade so geguckt? Als ob die... Was zur Hölle bist du? Was bist du? Moment, ich muss mal eben... Da muss ich mal eben einen Screenshot von machen. Den habe ich ja noch nie gesehen hier. Aber der ist irgendwie süß. Okay, weiter geht's. Ich weiß, ich weiß. Nicht ablenken lassen. So, hier durch. Ach je. Das war jetzt so die Miniaturausgabe eines Schoßhündchens oder so. Komm mal hier durch. Hallo, ich will hier durch. Leute? Ach, da ist ein Loch. Au. Au. Sowas wie die chinesische Mauer, nur mit Steinhüllen. Wo kommt denn Steinhüllen? Sie wachen auf. Macht euch kampfbereit. Lalalala. Ihr dürft dann kämpfen und ich laufe dann, ja? Komm mal. Hat so ein bisschen was von... Oh. Von dieser einen Szene in SSO, wo ich den Hexen entkommen musste. Wir konnten den Einstimmungszauber nicht aufhalten. Er wird immer stärker. Dieser Turm. Er muss zu den oberen Ebenen führen. Ich brauche Zeit, um diese Tür zu entriegeln. Wir müssen Fansch... Wir haben keine Zeit. Jetzt müssen wir den ja auch noch... Ach so, ja. Vor denen ist das okay. Aber ich habe keine Lust auf diese blöden Hüllen. Ich sehe hier nichts. Sag mal. Wolfi, kannst du vielleicht mal deinen Hintern hier aus meinem Bild rausmachen? Oh. Ich wollte dich nicht anschießen. Fenn, kannst du dich ein bisschen beeilen, bitte? Ich meine, es scheint gerade ein bisschen verbackt zu sein oder so. Das ist ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob das auch verbackt ist mit Fenorian. Hallo? Kommt nochmal Gegner? Fenn? Kann ich das überspringen oder soll ich noch was warten? Ähm... Ja. Wenn es zu lange dauert, schneide ich den Teil einfach raus. Ja, ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet. Das Spiel möchte aber offenbar nicht, dass wir diese Tür geöffnet bekommen. Deswegen, ich probiere es jetzt mal, indem ich den anschieße hier. Ob es dann irgendwie weiter geht? Okay. Oh, ich gehe mir doch nicht auf die Nerven hier. So, beim Zurückrollen vorläufig ist doch nicht schlecht. Ach, da war noch einer. Na endlich. Jetzt durch die Tür zu den oberen Ebenen. Schnell! Wir müssen... Ja! Das ganze Kastell. Das Beben wird schlimmer. Verdammte Magie. Ich will etwas zum Schlagen. Die Magie? Aber nicht mich. Das ist Al-Zarhan. Die Einstimmung ist fast abgeschlossen. Hast du verstanden, Lyriss? Nicht mich schlagen. Was ist hier mit meiner Karte los? Ich sehe überhaupt nichts. Nein, dieses Dazwischengequatschen. Krass, ne? So, wo suchen wir denn hier? Gerade aus links. Ehrlich in Steinhülle. Ihr lasst mich im Augenblick unseres Triumphs im Stich? Was? Für ein Spiel spielt ihr, Raga Al-Zarhan. Spiel? Ich gab euch Macht. Wenn ihr Himmelsrand nicht erobern könnt, ist es euer Fehler. Was ist denn nun, Fenn? Oh, nichts. Seht einfach nicht nach unten. Oh! Ja, das Gute ist, das ist ein Spiel. Ich persönlich habe ja Höhenangst. Ich würde da oben, glaube ich, nicht rumlaufen können. Sie sind sogar noch beim Mittagessen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wohin. Achso, da hinten. Ist das Prinzessin Svaner? Der Grammsturm. Er hat begonnen. Seht, über den Turm des Wolfes. Der Sturm hat sich nur halb gebildet. Mein Vater ist da oben. Öffnet die Tore. Wir gehen voran. Aber die Gramm und Holte unterdimmt. Wenn sie in die Stadt entkommen... Wir werden das verhindern. Begleitet die Prinzessin und kümmert euch um Svargrim-Partnerin. Ja. Es ist der einzige Weg. Gehen wir. Ja. Wo müssen wir hin? Los. Äh... Ich bin bei euch, meine Freundin. Wir müssen die Rampe erreichen und auf die Mauern. So kommen wir in den Turm des Wolfes. Dann los. Ich sehe nur einen blöden Schwächling vor mir. Der mal Großkönig war. Der hat aber ziemlich viel Leben gemacht, den beiden. Kann ich hier noch treffen? Ja. Oh... Ja. 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 Oh, nervt mich doch nicht. Wo ist er denn jetzt? Hey, wo soll er hin? Hallo? Hallo, ehemaliger Großkönig? Wo bist du? Vater? Hallöchen! Mein Gegner ist plötzlich weg. Er hatte keine Lust mehr. Soll ihn töten? Ja, wie soll ich ihn denn töten? Ist er gar nicht da. Geht doch nichts passiv. Ach, Leute. Ach, da ist er wieder. Ja, toll. Jetzt hat er wieder volles Leben, oder was? Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wieso hat er denn jetzt wieder komplett volles Leben? Ist er gesättet worden, oder was? Immer wenn du irgendeinen Flächenschaden machst, ist er wieder weg, der Falkling. Vor allem, der steht da oben, als würde er eigentlich hier unten stehen müssen. Aber er steht so in der Luft, so ganz komisch. Der ist hundertprozentig, ist der verpackt. Warum tut ihr das euren eigenen Leuten an? Hallo? Aber jetzt kam immerhin ein X. Okay, Arbeit erledigt. Das war für Mutter. Für Einsamkeit. Ach, wie friedlich das hier draußen ist. Ich weiß nur nicht genau, wo die Leute jetzt sind. Ähm, boah, ich sehe nichts mehr. Geht es euch bei all dem gut, Svaner? Nein, natürlich nicht. Mein Vater war der Großkönig des westlichen Himmelsrand. Ich dachte immer, er hätte das Wohl seiner Jaltümer und unserer Leute im Sinn. Doch da war eine Finsternis. Neid. Verbitterung. Er wollte ganz Himmelsrand beherrschen. Also hatte sich der Grauen Schar nur der Macht wegen angeschlossen? Ja, das hat zwar Grimm wohl. Doch bei Radar Al-Saran und der Grauen Schar, ich bin mir nicht so sicher, ob es ihnen nur darum geht. Aber genug davon. Ich muss mich an die Arbeit machen. Da mein Vater tot ist, muss jemand die Scherben auflesen und die Jaltümer wieder aufbauen. Gibt es noch etwas, was ich für euch tun soll? Nehmt zuallererst im Namen des westlichen Himmelsrands dies. Zusammen mit meinem Dank. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Und dann ruht euch aus. Seht nach unseren Freunden. Verletzungen müssen versorgt und Bauwerke instand gesetzt werden. Andere Wunden werden länger zum Heilen brauchen. Wir werden bald noch mehr zu tun haben. Ja, und wir halten einen passgenauen Kopf vom Set Winterrohr und einen Monturstil, die Replik des Schwertes Wolf von Einsamkeit. Was auch immer Radar Al-Saran und die Graue Schar vorhatten. Ich glaube, was das westliche Himmelsrand anbelangt, haben wir das Schlimmste hinter uns. Da mein Vater, da Swagrim nun tot ist, lockert sich ihr Griff um die Jaltümer. Habt ihr jetzt das Sagen in Einsamkeit? Nicht offiziell. Zumindest glaube ich das nicht. Es ist, als ob die ganze Welt um mich herum zusammenbricht. Doch die Stadt steht noch, das ist wenigstens etwas. Ich mache mir mehr Sorgen um unsere Freunde. Wir haben Lyris und Fenn zurückgelassen, um eine Horde Gramunholde abzuwehren. Das hatte ich fast vergessen. Hoffentlich konnten sie den Innenhof verteidigen und diese Monster von der Stadt fernhalten. Geht und seht nach ihnen. Ich muss mich sammeln. Einsamkeit braucht jetzt Prinzessin Svaner. Und ich bin noch nicht bereit dafür. Ich werde Lyris und Fennorian finden. Hab Dank. Helft ihnen und allen anderen nach besten Kräften. Ich tue das Gleiche. Sobald ihr mit ihnen fertig seid, suche ich euch auf und dann überlegen wir, was wir als nächstes tun. Glaubt ihr, dass die Gefahr vorüber ist? Ihr Götter, ich will es doch hoffen. Haben wir nicht schon genug mitgemacht? Ich muss mit eigenen Augen sehen, was sich ereignet hat. All das Leiden und all der Schmerz, für den mein Vater verantwortlich ist. Doch ich kann das wieder gut machen. Oder es zumindest versuchen. Hier werden wir allerdings erstmal einen kleinen Cut machen und den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank.